Ja, 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 nimm Kabelbinder mit. Ja, und Dietricher, Dietricher. Alter, wo kann ich denn hier das Fahrzeug rausholen? Äh, ganz link, äh, du kannst keine Fahrzeuge rausholen, du musst kaufen. Es ist es, wieso ich gesagt habe, ähm, ich habe nicht genug Geld dabei. Ich hole Karoliner und Dietricher. Nein. Muss ich ja erst mal, muss ich ja erst mal Geld holen. Du kannst es kaufen, aber nicht rausholen. Ah, ich habe 20 Dietricher dabei, okay, Dietricher brauche ich nicht. Egal, äh, wenn ihr eher da seid wie Icke, Ja? Äh, ob der Hubschrauber kaputt geht oder nicht, den Mann möchte ich tot sehen. Ja, okay. So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe beim Rebellenhaft... Da drüben steht ein Typ, schau, hier steht ein Typ. Der Typje, der verkauft, das ist der Fahrzeughändler, der verkauft den Uffrid und so. Aber gib mir den Schlüssel dann. Gib mir dann direkt den Schlüssel und dann... Was nehmen wir an, Iffrid? Nein. Hast du ihn schon rausgeholt? Nee, noch nicht. Ich habe ihn schon gekauft. Dann steht er dort hinten. Ja, ich bringe aber schnell den Rest noch schnell auf die Bank. Ich habe nur so viel abgehoben. Falls ich doch drauf gehen sollte, äh, ja. Ja. Gibst du mir dann den Schlüssel? Äh, bezahle ich alles. Brauchst du nicht? Ich bin ja Multimillionär. Du bist ein bisschen mehr als ein Multimillionär. Habe ich auch gesehen. Ich habe mir die... Ich habe mir die... Äh, Marc, fährst du? Äh, nein, ich kann nicht fahren. Okay, warte, ich gebe dir Schlüssel, das mach schnell. Ich kann nicht fahren, weil ich, äh, Lacks habe. Okay. Aber ich kann nicht lotsen. Ne, gut, dann lots mich mal. Äh, wenn wir rausfahren? Ja, du sitzt am Fahrersitz, du Pfeife. Ich sitze am Passagiersitz. Da war einer, da war einer. Da in der Nähe vom Turm war einer. Ich stehe nicht am Fahrersitz. So, muss man hin. Ich weiß gar nicht, wo kommt... Äh, du musst da rechts bei den Türmen raus. Mein Ocker ist Desert, ja? Du musst bei den Türmen raus. Ja, 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 ja. Desert ist, äh, nicht digital, sondern Desert. Ja, ja. Den Wechsel holen wir uns jetzt. Und möchtest du Offroad fahren, oder? Mir ist es scheißegal. Ich kann auf jeden Fall kein Fahrzeug repairn. Ich habe repairn dabei. Falls die Straße... Der Beste ist, dass er mitkriegt, und ihm verhaften, und ich gebe ihm Kopfschuss. Jo. Das wäre ja... Und jetzt könnten wir geradeaus durchfahren, aber ich glaube, das ist zu übelig, finde ich, Fred. Ja, da müsste ich... Fahr dann rechts, da müsste ich... Lieg dann rechts ab und beeil dich, aber wir müssen schneller sein. Ja, das Teufel geht nicht schneller. Ich weiß, es fährt 100. Welches? So, fahr Offroad, fahr Offroad. Fahr jetzt gerade aus Offroad. Äh, Rufschrauber ist voll. Ich mache jetzt meinen Rufschrauber voll. Alles, was wir jetzt sammeln, gehört dir. Okay? Sorge, wenn es jetzt ein blöder Weg ist. Aber hast du 80 Gerät? Ja, ja. Das war knapp jetzt. Das war sehr knapp. Ja, wie ich... Weil dann kommen wir in der Nähe vom Schließplatz auf eine Straße, und auf der sind wir, glaube ich, etwas schneller, als wenn wir außen rumfahren. Mhm. Frage ist, ob er noch dort ist. Ich glaube, wir hätten ein Hummingbird nehmen sollen. Na, musst du jetzt nicht rum hier. Ey, da machst du einfach so... Fahr gleich rechts, fahr rechts, halt dich rechts. Halt dich am besten etwas weiter rechts. Ja, genau. Jo, 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 jo. Wo man ja nicht denkt, dass da was passiert. Wie hießen hat der? Wie hießen der? Ich hab den nicht gesehen, der ist mein Rufschrauber. Ich hab bloß meinen Namen vom Rufschrauber gesehen. Ja, okay. Ja, er war drinnen, ich sehe bloß Ruf. Ja, weiter links, weiter links. Was gerade etwas falsch. Zuerst rechts, dann links, entscheide ich nicht. Ja, du bist zu weit rechts. Du bist zu weit nach rechts. Jetzt fährst du genau richtig, jetzt fährst du genau richtig auf die Straße zu. Ja, jetzt. Da vorne bei dem Licht, das ist, glaube ich, so ein Haus in der Nähe vom Schießplatz. Ich hoffe, dass der unbewaffnet ist. Hoffe ich auch. Wenn nicht, ist er tot. Wenn nicht, ist er tot. Direkt. Und wenn wir dann auf so einem Feldweg stoßen, einfach geradeaus weiterfahren. Mhm. Mach bloß mal deinen Rucksack, dann bin ich hoch unterwegs. Da vorne kommt jetzt in... Fertig. Ich hoffe, dass der... In 500 Meter kommt ein Feldweg, da fahren wir geradeaus durch. Also wir fahren einfach durch den Feldweg. Ja. Ach du Scheiße. Ich kann aber gerade nicht schneller fahren. Oh, okay. Das packte Ilfrid dann doch nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich wollte keinen Heli starten sehen, beziehungsweise die Lampen. Das ist eine scheiß Strecke zum fahren. Weißt du das? Mhm. Aber das ist die schnellste. Ähm, ja. Kaputt? Ja. Repair-Marschne. Ich habe jetzt den Steinleiter nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe ihn dann erst gemerkt, dass du reingefahren bist. Weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht. Jetzt müsste es hell werden, ey. Das wäre scheiße. Das wäre gut. Ja, ich will. Ja, er wird eh schon langsam heller. Wird eh schon langsam heller. Na, wie lange brauchst du zum Repairn? Äh, noch... Ich bin auf 70%. Mach mal Moza, schau mal wieder an. 80%? Alter, wieder. 90%? Ja. Alter, schon da? Nein. Nein, wir fahren immer noch. Na, komm. Ich bin hoch unterwegs. Ich komme nicht rein, weil er gerade die Waffe zieht und du hast zugesperrt. Ich habe überhaupt nicht zugesperrt. Ey, du, geil. das festnehmen, dass der Sitzschuss ich habe abgeschlossen. Ich stehe davor und frage, was soll die Scheiße? Einen ewigen Kopfschuss. Boom. So, ich habe jetzt das ACU genommen, weil... das R... das RCO, weil... Warum? Meinst du, diesen Feldweg da? Ja, einfach geradeaus drüberfahren. Ne, das ist nicht der. Ähm, jetzt kommt gleich die Hauptstraße. Also eine Straße. Und die fahren wir in Plan. Mhm. Rechtzeitig und geradeaus weiter. Pfff... 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 Und wieder kaputt? Ja. Ich glaube, Günther ist vor uns da. Ja! Pfff... Um ehrlich zu sein, Günther ist vor uns da. Ich habe den Stein jetzt! Alter, liegt... Das ist es nicht, weil der wurde vor mir getötet. Pfff... Ich... Ich denke mal, dass es Schulz sein wird. Schulz? Weil der mich vor ein paar Tagen, äh, erschossen hat in der Safe Zone. Ja, das kann leicht sein. In der Safe Zone kann man erschießen. Ah, Kevaller, oder? Ja, ja. Rebellen-Halko kann man nicht erschießen, was ich komisch finde. Echt? Nein, geht nicht. Ich habe knapp vier Kilometer noch. So, weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das wir noch haben. Ja, geradeaus. 1,5 noch. Und da müssen wir links abbiegen. Ja, wie weit ist es insgesamt noch? Ein bisschen mehr. Kack, kack. Mein Internet-App hat er von euch. Bei mir? Ich kann nicht nur schmach, weil er ist sozusagen neu und ist sozusagen nackig. Ich brauche mich nicht aus. Ich brauche mich nicht aus. Soll ich mich an meine Waffe hängen? Ja, so, äh... Leute, ich verstehe euch. Ich will meine Waffe schenken. Na, Alter, jetzt schmiert mein Internet ab. Ich kann kotzen. Ja, aber die sind die nichts. Wenn ich hier im Auto sitze, dann habe ich eine FPS-Anzeige. Äh, werden zu brauchen. Aber wenn ich es fahren will, dann schmiert er. Also, ich bin das Auto, aber nicht hier. Ich bin TeamSpeak schmiert ab. Neu. Der IFRE kippt aber schnell. Äh, die ist dabei. Ich kann schon links. Alter, Junge, sprecht mal ingäm. Ich verstehe euch im TS nicht. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt links. 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 Gut. ich verstehe mich interessiert jetzt wieder das hat alles gelackt hier also haben wir auch in top der teamspeak wahrscheinlich abgeschmiert bevor es nie ist es gut erwartet ja das ist gut also definitiv ist der nicht hier warte ich hab da noch was anderes gesehen ja dann haben wir ihn wohl verpasst oh man ich dachte ich könnte jetzt einen Typen töten ja und wie sollen wir von hier jetzt dort hinkommen so schnell ja wir sollten uns erstmal den Heli holen da steht ein Heli ich bin alter sperr doch zu ach ist es euer Heli jo los fliegen wir mit mir äh der nächste Dealer ist von da aus wenn er fliegen wird ist es entweder wieder zur Insel rüber kannst du auch wieder nur MTS reden jetzt versteht man dich wieder alles klar was kann er machen hast du Ifrit abgeschlossen äh nein du ja gut wäre auch egal würde ich mir neu kaufen warte mal wer ist denn das da das ist äh Mentes er hat ihn mitgenommen du sprichst schon wieder doppelt du sprichst schon wieder doppelt du sprichst wieder im Chat ja äh ich mach jetzt aus ich mach jetzt aus ich mach jetzt aus warte gut alles klar ist es sein Heli oder was sein Heli ja ist es sein Heli den ich gerade knacke ey ey ist sein Heli sein Heli jetzt gleich ist er unserer er ist sein Heli nein bitte nicht es hat mir geholfen ohne Scheiß was ist jetzt ein Kay ja schau ey mach die Scheiße nicht bitte ja eigentlich ich wollte ich möchte nur verkaufen ich will bloß in den Rucksack hier noch so jetzt zeig ich die Lizenz auch hey wieso konnte ich nicht einsteigen auch was gelackt hat tja ich bin so so detaillist detaillist wenn ich entweder ist der runter in ähm in der Wüste äh hier in diesem Sumpf oder äh den Drogendealer unten an der Insel haben wir noch einen Drogendealer ja den in Sophia in Sophia haben wir einen Drogendealer äh nördlich von Sophia äh beim Alkoholhändler ist ein Drogendealer und bei Uran 2 und dann immer äh äh ja der wird wenn dann von hier schätze ich mal runter in den Sumpf geflogen sein ja aber den erwischen wir nicht ne schätze ich soll ich mit dem Öffild dorthin fahren wird sich zwar nicht mehr ausgehen aber ne bist du jetzt drin oder ja äh nein ich setz mich jetzt in den Heli äh nein ich setz mich jetzt in den Heli äh wie gehst du aus dem Heli ich bin im Heli äh der Mentalist ich hab dein Heli geknackt musste nicht dass es deiner ist so äh was machen wir jetzt den brauch ich äh muss den weiß ich nicht was wir machen äh äh ähm ähm das heißt ich hab keinen Schalldämpfer gekauft oh mann mein Schalldämpfer mein Schalldämpfer ist kriegst du einen Schalldämpfer her ne Schalldämpfer her wir könnten ja eigentlich den Metallist ausrauben ne macht es nicht ne macht es nicht der hat ihm geholfen ne macht es nicht der hat ihm geholfen darf ich dich kurz niederschlagen niederschlagen so warum üps oh mann das sind Rebellen hallo ja eigentlich gibts für uns äh zivilisten sind eigentlich Feinde ne wieso schießt du Penner lass ihn seine Runde machen ok 3 Schüsse für 3 Schüsse für Mentalist Nummer ich zähl runter 3 2 1 achso ich hätte gedacht für Mentalist ich wollte jetzt schon auf ihn schießen für Mentalist nicht auf ihn ich setz ihn mal zu euch in die Tür äh spawne ich mir aus kannst auch stehen ich hab jetzt die Möglichkeit nach Sophia ich hab da mein eigenes Haus achso wir haben schon wieder Tag die Jungs und fahre oben dahin falls er da alles umtauschen tut naja das schaffst du mich mal das ist viel zu knapp der ist wenn dann schon längst weg ne jo gedenk ich mir auch wenn er schlau ist und da oben hin fährt wie kann ich deinen oder in der Wüste hier in den so ne ich kann dein Üffel nicht in die Garage packen das ist blöd äh was los mit der Liste macht er macht er auf Heroin garantiert was los mit der Liste was los mit der Liste was los was los kann sich mal einer in Cannabis raushauen dass ich weiter verarbeiten kann hm hab keinen Schlüssel du hast Schlüssel ich bin grad drin ah ja so so Günther hast du die Lizenz ich glaub die Lizenz ja dann nimm du das mal Joana ha 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 komm her Günther ich hab auch mal Joana Günther komm doch her zu mir du sollst sie ja in den Heli packen er ist voll ja dann umpacken er ist voll ja er wird sich jetzt wieder was rausholen ich hab nen ganzen Rucksack voll ja ich auch so benutzende Marihuana wir können Party feiern ne gib mal gib mal gib mal gib mal gib mal gib mal wir machen Party lass ihn fliegen Marihuana 22 Stück gib mir auch eins gib mir eins ich möchte zu high werden gib mir ein oder zwei gib mir ein oder zwei stattdaten äh ich kappe bloß wie drinnen und ach da ist er ja ja genau Mark ja mhm hast du dich gericht? 4 es das ist doch bloß hier mags drinne d da unten ist so viele man kanns benutzen, aber es bringt überhaupt keinen Effekt Ernsthaft? Was gibt es nicht? Es gibt keinen Effekt. Jedenfalls sehe ich keinen Effekt. Ich checke auch nichts. Irgendwie ist es bei mir jetzt etwas heller geworden, aber mir auch nicht. Eigentlich ist bei mir nichts passiert. Bei mir auch nicht. Oh ne, eigentlich normalerweise, äh, äh, müsstest du jetzt, äh, schöne, äh, so, äh, das müsste alles so farblich werden. Der Effit war die ganze Zeit offen. Ich weiß. Sag doch mal, die Mäntel ist ja... Los, steigen wir in den Effit drin. Oh, ne. Nein, ich wollte nur so in den Heli fahren. Wieso überfährst du unsere Leute? Hab ich den überfahren? Ja. 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 Und ich dürfte immer einsteigen. Ja, ja. Echt jetzt? Mach auf jetzt! Halt dich aber in den Schlüssel. Was? Was? Ich hab den Typen überfahren? Oh, jetzt sehe ich's! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Oh mein Gott! Jetzt geht's los! Also braucht das... Also das ist ja wirklich wie echt, wa? Du brauchst ne ganze Weile bis das durch den Blut durch ist, wa? Äh, Leute, schaut mal den Rauch an, was das da ist. Ne, ich hab den nicht getötet! Ich hab den nicht getötet! Ich lebe doch wieder! Ich hab mich selber errettet! Ich hatte noch vier Leben gehabt! Hallo! Hallo! Oh, das mach ich auch! Das tut so gut! Oh! Oh, 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 oh! Günter! Ja! Oh, ja, oh! Oh, oh! Drück mal Escape und geh wieder rein! Da ist ja schon ein Bildeffekt weg! Oh, du siehst, was ich da mache! Ich hab dir schon wieder ein neues Bildeffekt geschickt! Der soll verdammt jetzt losfliegen, sein Geld machen! Pull it down, mein Freund! Ja, da... Darm ist da das müssen wir arms machen Jetzt habe ich wieder diesen Flash Ja, ich schmeiße ja die ganze Zeit die Gasgranaten Nee, aber das müssen wir arms machen und dann... Uah, fuck! Scheiße! Oh, ey, jetzt zieht das ab! Uuu, Buddy! Habe ich jemanden getroffen? Nein, ich habe auch nur in die Luft geschossen Ich habe einfach in euch reingeschossen Echt jetzt? Ja Ach, kenne ich... Boah! Es geht wieder, es geht wieder Wenn du jetzt eskatest, geh ich wieder Ich könnte jetzt einen Headshot verpassen Mentes! Mentes! Ich kann nicht jetzt fliegen mehr Ich bin hier richtig unter So, mach die Hunde. Verkunft, den Scheiß, den Scheiß So, mach die Hunde, verkunft, den Scheiß, den Scheiß Mach die Hunde, verkunft, den Scheiß, den Scheiß Okay Uub Hup 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 Wir haben sie wie auf demnium ihn hügel. Ah, ja Garantiert ist es Also ich kann nochmal einer was rausnehmen, weil ich kann das nicht weiterprozessen Ne, dein Rucksack hast du umgewandelt, der Hubschrauber ist voll, ja Der ist jetzt schon komplett umgewandelt Du brauchst bloß noch dich in deinen Hubschrauber setzen und nur noch verkaufen Leute, ich setz mich in den Öl geführt, ich hab Angst Ich hab ja gesagt, ich helfe dir mit und dann fertig Alter, die Post ist heute mal wieder laut Ja, dann suchen wir mal Ärger, oder? Ja, wir suchen jetzt Ärger, komm Kann ich erst Rebellenholfen fahren, bitte?